Willkommen zu diesem Video, das unter dem Titel Community-Projekte steht, das erste von wer weiß noch wie vielen. Und hier möchte ich euch mal ganz kurz auf den neuesten Stand bringen, was aktuell so in der Community los ist, bezogen auf den PC-Editor, was da so gerade im Bau ist, wovon wir wissen und noch so ein paar Informationen dazu, die halt entsprechend verfügbar sind. Hier sehen wir schon einer der Projekte meiner guten Freundin Hanna, damit fange ich jetzt einfach mal an. Das ist ein riesiges Projekt bezogen auf den Vektron und zwar ein Repaint-Projekt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Repaints. Hier haben wir MRCE, haben wir ÖBB, Nightjet, Wiener Lokalbahn, I'm European, als kleiner Scherz und hier noch diverse weitere von irgendwelchen privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und das sind, glaube ich, auch noch nicht alle Repaints, die sie bisher gemacht hat. Da kommen noch sicherlich ein paar mehr dazu. Zudem ganz kurz zu der Frage, wann sowas überhaupt veröffentlicht wird, das ist aktuell noch nicht absehbar. Das liegt darin, dass der Editor zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit hat, dass Projekte geguckt werden, also dass die letztlich, ja, so ganz unterkomplex runtergebrochen, nicht veröffentlicht werden können. Zumindest mit dem offiziellen Editor noch nicht. Dementsprechend dauert das noch ein bisschen, bis das alles mal irgendwann kommt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal im Bau. Ein großes Repaint-Projekt für den Vektron von meiner guten Freundin Hannah. Springen wir mal zum nächsten Tab. Und da sehen wir hier, wir befinden uns im DTG-Forum, im Thread meines guten Freundes Foley, der ja sehr viele Projekte nebenbei hat. Zum Beispiel das 101 Enhancement-Pack und auch die 152. Und hier hat er ein bisschen mal geteilt, was für den Bereich Frankreich, für die LGW-Méditerranée noch kommen soll. Und zwar, ich mache mal ganz kurz mein Handy leise, Entschuldigung. Das passt natürlich sehr hervorragend. Wenn man aufnimmt, zack, kommen dann die Nachrichten. Und zwar, für die LGW-Méditerranée möchte er einen Regionalzug, beziehungsweise, ja doch, das sind ja, glaube ich, Regionalzüge bauen. Und zwar mit der Lok BB22000. Bitte entschuldigt, falls das 22.000 ausgesprochen wird oder so, das weiß ich nicht. Damit kenne ich mich nicht aus. Und wir können uns mal hier schon mal ein kleines Video angucken. Ich nehme mal den Ton davon einfach weg. So ein kleines Render davon. Das sind jetzt, glaube ich, nur die 3D-Objekte. Das ist jetzt noch nicht im TSW drin. Das ist jetzt erstmal nur das 3D-Modell, wie sie noch hier der Panto schön animiert wieder hochgeht. Und entsprechend auch die Wagen, die wir hier hinten sehen, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hübsch aus. Von der SNCF. Die Wagen haben auch Innenräume, wie wir hier sehen. Ja, sind übrigens nicht die Intercity-Wagen, die einfach nur gerepantet sind, sondern das sind tatsächlich andere 3D-Modelle. Die, ich weiß nicht genau, ob er sie gebaut hat oder gekauft hat. Aber auf jeden Fall sind das dezidierte 3D-Modelle. Hier sehen wir nochmal die Lok, die kommt. Ein sehr frühes Bild vom Innenraum. Das Ganze wird noch ausmodelliert. Das macht er anscheinend selbst. Das hier sind die Personenwagen. 160 km, da dürfen die fahren. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz hübsch aus. Und hier schon mal ein In-Game-Bild. Au revoir, Marseille. Ja, also kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Und wenn wir in den Thread noch weiter runtergehen, sehen wir noch ein paar aktuellere Bilder. Hier sehen wir schon mal den Führerstand, wie er noch ein bisschen weiter ausgebaut wurde. Das ist eine andere Lok. Nämlich die BB26000, die Schwester-Lok, glaube ich. Wo er überlegt, ob diese Lok vielleicht einfach nur erstmal als KI-Lok kommen soll oder auch tatsächlich komplett ausmodelliert. Auch seine anderen Projekte sind weiterhin Work in Progress. Hier die Baureihe 152, die nach wie vor im Bau ist. Hier noch ein weiteres Bild von der 152. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Da freue ich mich schon sehr. 152 von DB Raelian mit den Intercity-Wagen. Der Rhein-Ruhr-Express, von dem ich allerdings nicht genau weiß, ob der öffentlich verfügbar sein wird oder nicht. Ob das nicht einfach nur ein privates Projekt ist. Und hier der Velaro D auch in einer, also ihr seht das 3D-Modell, das ist jetzt alles noch nicht perfekt. Da fehlt noch viel an Arbeit, aber ihr seht, es ist schon ein Velaro D. Das kann man auf jeden Fall erkennen. Und hier nochmal Screenshots von den Personenwagen, von den französischen Personenwagen. Sehen wir hier nochmal in-game. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr hübsch aus. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. Freue ich mich schon sehr drauf. Mal schauen, ob... Ja gut, im Thread ist hier nicht noch mehr Informationen dazu, aber also ein bisschen was aus Frankreich oder zu Frankreich ist auf jeden Fall schon im Bau und wird hoffentlich irgendwann dann auch tatsächlich das Tageslicht entdecken. Ihr werdet natürlich von mir auf dem Laufenden gehalten, sofern es sowas dann auch tatsächlich zum Download irgendwann zur Verfügung gibt. Und 152 haben wir jetzt auch nochmal ein kleines Update bekommen. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Machen wir mal weiter. Hier hat der User Oystein eine amerikanische Lok gebaut und zwar die Nohub DI3. Ich kenne mich damit jetzt nicht weiter aus. Hier ist die auf Driesen-Riesa unterwegs. Sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr hübsch aus. Scheint auch gut ausmodelliert zu sein, der Innenraum. Da sehen wir schon ein paar Details, die man da erkennen kann. Das Modell an sich ist natürlich bei weitem nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Lebenszeichen, dass der Editor auf jeden Fall benutzbar ist. Und dass es Leute gibt, die sich tatsächlich damit auskennen. Der Screenshot ist auch schon wieder über zwei Wochen alt. Ich bin mir sicher, da gab es schon mehr Work in Progress, aber ich glaube, das Thread hier ist nicht noch mehr zu sehen. Dann der gute FAC Rails aus dem DTG Forum hat ebenfalls eine kleine Teststrecke gebaut, die in diesem Sinne auch schon fertig ist. Und das gucken wir uns einfach mal als Video zusammen an. Auch hier lasse ich den Ton einfach mal aus. So, aus wollte ich den lassen. Also ihr seht, er fährt hier mit der 363, 363 durch die Gegend, was man halt hat. Man hat eine Art Terrain, Gelände. Man hat ein Gleis. Man hat eine Lok, die auf diesem Gleis anscheinend fahren kann. Man hat Assets im Hintergrund, Bäume, Palmen, Laubbäume. Man hat Häuser, Autos. Also das scheint auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt bin ich mir, frage ich mich gerade, ob da noch mehr Videos sind. Nein. Also hier beim guten David West. Nein, ich will kein YouTube Premium. Nein, danke. Scheint auf jeden Fall schon mal, scheint es auch auf jeden Fall Fortschritt zu geben, was so den Streckenbau angeht. Mal ganz kurz geguckt, ob es hier noch mehr gibt in dem Thread zu sehen. Aber ich glaube, nicht so viel mehr. Nee. Hier ist noch jemand anders, der versucht hat, tschechische Wagen in den TSW hineinzubringen. Das sind jetzt nur Static Mesh. Das heißt also, das Ganze ist nicht Farber. Das sind im Grunde genommen nur Assets, wenn man es so möchte. Also mal schauen, ob dieses Projekt hier von Shark auch noch irgendwann Früchte tragen wird und er es schafft, diese Wagen irgendwie farber zu machen. Wäre auf jeden Fall sehr exzellent. Dann haben wir hier Ginger Pity, auch aus dem DTG-Forum. Und Ginger Pity, ich weiß leider nicht die Pronomen, ob er oder sie, hat sich vorgenommen, das Projekt Röhrtalbahn zu fahren, zu bauen. Und ja, da gibt es dann auch tatsächlich erste Einträge. Hat Ginger Pity ein bisschen was erzählt vor ein paar Tagen. Dass da die Daten für, die leider Daten, ja, online sich besorgt worden sind. Es gibt da Tutorials, wie das Ganze funktioniert. Entsprechende Probleme, die da vielleicht dabei aufgetreten werden. Videos, die dabei geholfen haben, hier das Terrain dann zu importieren, reinzubringen in den TSW-Editor. Und die Probleme, die da dabei aufgetaucht sind, hier mit diesen Erhöhungen, die so nicht sein sollten. Ja, Tracklaying, ihr seht auch, also das ist auch nicht perfekt. Und da wird dann halt auch gesagt, dass es gar nicht mal so einfach ist. Und woran es da vielleicht scheitert und ob irgendjemand Tipps und Tricks hat. Und so sieht es jetzt schon etwas besser aus als vorher. Ihr seht, hier ist es jetzt ein bisschen abgerundeter, während es hier an dieser Stelle einfach knickt. Also da scheint es auf jeden Fall Progress zu geben. Und schön zu sehen, dass Leute sich tatsächlich mit eben Strecken auseinandersetzen und sowas auch wirklich dann bauen. Gehen wir weiter zum nächsten. Und zwar hier einfach nur ein Thread, wo 3D-Modelle gezeigt werden. Das ist jetzt alles, also nichts davon ist jetzt irgendwie im TSW schon drin. Sondern das sind jetzt einfach nur 3D-Modelle, die mit Blender oder anderen Programmen gebaut worden sind. Und hier sieht man zum Beispiel eine Class 139 schon mal so als Modell, als erste Annäherung ans Modell. Hier haben wir jemanden, der zum Beispiel versucht hat, einen Bahnsteig zu bauen. Gar nicht mal so leicht, ne, ihr seht es die Übergänge und so. Das ist alles sehr schwierig. Hier hat jemand ein Bahnhofsgebäude, der Deutschen Bahn gebaut. Sieht auf jeden Fall auch schon sehr schön aus. Hier nochmal das erste Bild, das wir gesehen haben, da schon mal so ein bisschen weitergebaut. Was haben wir hier? Hier haben wir eine EMD-FL9, also eine amerikanische Diesel-Lok, an der hier gebaut wird. Alles wie gesagt nur 3D-Modelle erstmal. Ob die jemals im TSW fahrbar sind, seid mal dahingestellt. Hier auch schon so ein bisschen texturiert. Auf der Seite sieht dann schon sehr hübsch aus. Was haben wir hier? Also hier ist auch auf jeden Fall irgendeine, nur sieht aus wie eine Diesel-Lok. Die Tasmanien X-Class. Also sagt mir jetzt persönlich nichts, aber sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Räder fehlen hier noch, ne. Aber schön, wie gesagt, immer wieder schön zu sehen, was die Leute bisher so geschafft haben. Was haben wir hier? Hier, das sieht mir stark nach Schweden aus. Oder Norwegen, nee, Norwegen, ne. Ja, das sind norwegische Loks. Auch als 3D-Modelle sehr interessant hier, was da gebaut wurde. Hier haben wir noch so eine Diesel-Lok, noch eine Elektro-Lok. Das ist, glaube ich, die norwegische Variante von Flirt, meine ich. Und hier noch so ein paar 3D-Modelle, die als Häuser gebaut wurden. Hier noch so irgendwelche landwirtschaftlich genutzten Gebäude. Hier noch so ein Familienhaus. Und ja, die wurde, die hat der Bauer hier, Ola Haldor, oder Ola Haldor für Train-Fieber bzw. Transport-Fieber gebaut. Und ja, die sind aus dem Farming-Simulator 2022. Hier haben wir jemanden, der eine indische Diesel-Lok gebaut hat. Und die sieht auch schon wieder sehr beeindruckend aus. Auch das ist, glaube ich, erstmal nur ein Static-Mesh und nichts, was jetzt wirklich Farmer ist. Also da ist noch keine Fahrphysik dahinter. Aber gut, sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Hier baut jemand, der KALOOPX, baut hier die RegoJet 386. Also sieht schon auf jeden Fall sehr hübsch aus. Oder die von HHLA bzw. METRANS. Das ist, glaube ich, eine Baureihe 186 in Deutschland, meine ich, die hier gebaut wird. Also auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist auch ein altes Modell vom Train-Simulator, das im TSW hineinimportiert worden ist. Also mal schauen, wie es da so weitergeht. Dann hier das ursprüngliche Bahnhofsgebäude, das wir vorhin noch gesehen haben. Hier noch weiter ausgebaut. Vom guten FCI Schmidt. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Vor allen Dingen die Bahnhofshalle, die ist dann einfach von innen hier auch schon mal ausdesignt. Mit den Fahrkartenautomaten und so. Hier mit einem Reisezentrum. Das kennen wir ja gar nicht bisher aus den DTG-Strecken, dass da die Gebäude von innen ausmodelliert sind. Das ist ja eher nur sehr, sehr selten der Fall. So, aber das ist natürlich das Einzige, was in diesem Sinne fertig ist an diesem Gebäude. Das ist jetzt vielleicht so dieser Teilbereich. Alles andere drumherum. Ihr seht, das ist alles noch sehr stark Work in Progress. Aber ihr seht, Leute kommen voran. Leute schaffen etwas. Hier ist eine EMD GP30, eine amerikanische Lok, die ausmodelliert worden ist und jetzt demnächst mal Farbe bekommen soll und dann in den Editor reingebracht wird. Und hier ganz zum Schluss, hier ist eine G1 Gluster Subway Car, also ein U-Bahn-Wagen, der hier noch gebaut wird. Also Work in Progress auf jeden Fall auch. Das ist ganz klar. Und sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. So, soviel zu den 3D-Modellen, die so im Bau sind. Dann haben wir hier einen Thread vom guten Josh the Tech. Und Josh the Tech hat ein Szenario gebaut, wo er erstmal nur so ein paar Dinge austesten wollte. Und das gucken wir uns einfach mal zusammen an. Also geht dann hier im Editor auf Play. Das dauert dann ein paar Sekunden, bis es geladen hat. Und das ist nur ein Test-Szenario hier auf der Great Western Express-Strecke, wo es einfach nur darum geht zu gucken, ja, schafft man es, bestimmte Befehle reinzubringen. Ihr kennt das ja aus den Szenarien von TSV. Lauf zu diesem Punkt hin, lauf da hin, lauf da hin, mach dieses, mach jenes. Und jetzt schauen wir mal. Electric Trials heißt dieses Szenario, das er jetzt einfach mal gebaut hat. Das ist, wie gesagt, nur ein Test-Szenario. Moment, Ton aus, bevor es den Copyright Stride gibt. Und ihr seht, das Ganze beginnt mit einer cinematischen Animation, was ich schon super cool finde. Dazu gibt es auch nebenbei Musik, die auch sehr episch wirkt, also auch cool, cool gemacht. Und also wenn man das Szenario spielt und das Szenario beginnt, dann ist man direkt in dieser Animation mit drin. Und das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das kenne ich nicht aus den DTG-Szenarien, ehrlicherweise. Ich glaube, da wurde die Funktion nicht wirklich bisher genutzt, von den In-Game-Szenarien. Aber die Möglichkeit besteht, dass es sowas gibt. Man kennt das auch aus dem Train Simulator. Da gibt es ja auch einige Szenarien, die so anfangen. Ja, und dann, wenn die Kamerafahrt vorbei ist, ist man dann hier drin in der Bahnhofshalle. Und dann müsste jetzt unten links irgendwann ein Befehlsfeld, beziehungsweise ein Konversationsfeld auftauchen. Genau. Also das ist nur ein Test-Szenario. Hier werden verschiedene Sachen getestet. Zum Beispiel das cinematische Intro, diese Untertitel, die ihr gerade hier seht. Und das Laufen zu irgendwelchen Markern. Und da seht ihr die Marker. Die wurden auch platziert. Und das hat auf jeden Fall der gute Josh geschafft, dass man hier von einem Marker zum nächsten läuft. Das sind solche Sachen, die hält man für sehr banal, wenn man sie selbst in Szenarien spielt. Aber das ist gar nicht mal so einfach, solche Sachen ins Spiel reinzubekommen. Also da scheint auf jeden Fall einiges an Arbeit auch dahinter zu stehen. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall, dass man es dann schafft, dem Spieler zu sagen, du musst jetzt hier hin und da hin und dorthin. Ja, also cool gemacht. Schauen wir mal noch. Ja, genau. Und hier noch sogar in den Zug noch eingestiegen. Genau. So viel dazu von JoshTheTag. Auf jeden Fall sehr interessant. Und dann haben wir hier eine weitere Strecke, die gebaut wird. Und zwar, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Wir gehen mal hier rein in den Editor und sehen hier, das hier ist Husum in Norddeutschland. Wobei, ich glaube, hier können wir den Sound auch einfach anlassen. Ihr seht hier, hier wurden schon Gleise gelegt, so eine Art Diesel-Tankestelle. Hier sind, hier ist so eine Art Depot oder Bahnbetriebswerk. Hier noch mehr Diesel-Haltestellen auf der rechten Seite. Dann hier die 363, die, ja, die über, 363, 3628, Entschuldigung. Genau. Was wir dann auch hier sehen können, also wir haben auf jeden Fall Weichen. Wir haben diese Handweichen, die wir manuell stellen können. Das funktioniert auch anscheinend. Ne, also sehen wir jetzt hier, das klappt alles problemlos. So, jetzt läuft er wieder zurück in Richtung Zug. Dann, was wir auch haben, sind Szenarion-Markierungen. Also, das ist, oder vielleicht ist das ein Fahrplan, ne, das dann halt gesagt wird, hier um 8.18.30 Sekunden musst du dann dort in 400 Metern da sein. Also, auch das funktioniert. Wir sehen, man kann hier problemlos über die Weichen fahren. Und dann haben wir hier auch schon den Bahnsteig von Husum. Natürlich alles Work in Progress. Das ist alles nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein Proof of Concept, dass es funktioniert. 500 Hertz-Magnet, seht ihr hier, ist auch verbaut, ist an. Was Signal hier vorne zeigt, also Halt. Genau, Signaltechnik haben wir also auch schon mit drin und das funktioniert auch, was, ja, schon sehr cool ist. Die Haltemarkierung, Haltetafel haben wir hier. Wir haben, rechts und links haben wir jede Menge Szenarie schon. So, und dann macht man tatsächlich den Kopf. Also, man steht auf, man rüstet ab. Also, ne, man rüstet erst ab, dann steht man auf, läuft einmal durch den Zug durch zur anderen Seite und dann fährt man tatsächlich weiter in die andere Richtung. Also, es scheint wohl irgendwie so ein Endpunkt der Strecke zu sein, hier in Husum. Ich weiß ja nicht, wie weit diese Strecke gehen soll am Ende, aber, ja, KI-Verkehr haben wir auch schon dabei. So, und dann, Signal in die andere Richtung ist auch schon gestellt. So, hier, KI hat auch gerade übrigens die Tür aufgemacht, links. Ich überspringe mal immer so ein bisschen, ne, weil wir gucken jetzt nicht die ganzen 8 Minuten an. Ja, ne, also hier, Signal steht. Langsam Fahrt. Noch mehr Signale. Links nochmal hier, da, wo wir hergekommen sind. Und das sieht schon irgendwie ganz hübsch aus. Klar ist das alles nicht fertig, aber wir haben auf jeden Fall schon einiges an Vegetation hier verbaut und da muss ich echt sagen, Hut ab. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Hier noch so ein LKW-Trailer. Und noch so ein Container. Häuser, die gebaut worden sind. Das sieht aus wie so eine Art Lampe oder so. Hektometer-Tafeln, Geschwindigkeitstafeln, Vegetation. Ja, Brücken, die natürlich noch ein bisschen verfeinert werden müssen, aber so sieht das Ganze aus, hier, was bisher gebaut worden ist. Und das ist schon wirklich absolut amazing. Von FCE Schmidt haben wir schon, glaube ich, vorhin was von gesehen, der mit der Bahnhofshalle. Dann haben wir hier einen Documentation, einen Guide, den ich euch an dieser Stelle vorstellen möchte, für den Editor. Ihr seht hier das Inhaltsverzeichnis. Da ist halt schon alles drin, was so bisher verfügbar ist an Informationen, die irgendwo gesammelt worden sind, aus irgendwelchen Foren, in der Regel aus dem DTG-Forum. Und dann kann man da einfach irgendwo hinspringen. Zum Beispiel hier bei Rootbuilding kann man so ein bisschen sehen, wie kann man diese LiDAR-Daten importieren, zum Beispiel, oder ein kleines Signalisierungstutorial oder einen Fahrplan simulieren. Zum Thema Cooking gibt es noch nicht so viel. Jahreszeiten wechseln und solche Sachen. Also, der Guide hat mittlerweile 54 Seiten und wird noch stetig erweitert. Dann gibt es noch das Letzte, was ich euch vorstellen möchte, ist das Transom-Community-Wiki. Auch das ist letztlich ein großer Guide. Link dazu in der Videobeschreibung. Und auch hier sind jede Menge Tutorials, wie man was macht im TSV4. mit dem Editor zum Beispiel Adding Scenery Overlays wird hier beschrieben und so weiter und so fort. Das muss man sich dann angucken, je nachdem, wonach man da gerade selbst sucht, was man da gerade selbst haben möchte. Aber ja, so viel dazu. Das als Update, was so gerade mit dem Editor gemacht wird, was da so gebaut wird und was nicht. Ja, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da uns in Zukunft noch erwartet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.